um freust dich tatsächlich darüber dieses Gass ist in Relikt geschickt lieber hier so ein Lebensair-Kristall Lifeair-Kristall? mhm da ist nichts mehr, zurück zur Stadt nein, hier sind noch Pesh nein, sie kam zu wagen quasi das ist so langweilig, wenn die alles zerstören nein, ich will zerstören hehehe im Ursprung immer denselben Tipp deine Skills und deine Ausrüstung variieren nachdem welchen Charakter du gerade spielst auch zum Reiseladen Feuerblitz ist fast eine Stufe höher ja ich habe Post eine Verbesserungsschenbe verkauft für 200 so, Blüte ist gegen Feuer ist aufgegeben 80 gute HP-Tränke habe ich bekommen was? was? als ich die Kräfte gegeben habe wirklich? mhm so wenn man die Gesundheit genommen hat man hätte es davor, äh wenn man Geld genommen hätte, hätte man vielleicht ähm ganz viel Geld bekommen ja wahrscheinlich genauso viel wie das kostet aber ehrlich gesagt finde ich diesen guten HP-Tränke viel cooler ja Geld kann man fahren ähm besonders als Tränke muss man bestimmt die Gegenstände finden mhm vor allem mit dem Geld die bestimmten Gegenstände kaufen können aber man mhm ich wette man würden nur so so 100.000 bekommen höchstens ich hätte vielleicht oder vielleicht 80.000 ich hätte auch 50.000 geschätzt ja aber nicht wirklich so, ähm jetzt machen wir den Kobold Chief ja Chief Wiggum Porn von den zwei Sachen von dem Kobold Halbling ok ähm mach ich oder du auch? wie du willst ach du, du stehst da schon du stehst da auch? na stimmt äh Geschicht auswählen Kobold Halbling und was machen wir? keine Ahnung mit 2 Solo zwei oder weniger mehr von 20 Minuten der Season of Mercer zwei zu zweit würde ich sagen mhm zwei 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 allein auf hart oder normal? auf hart mal und und denkt dran wir brauchen das, äh wir müssen das Dings von dem Appawn ja wir müssen ihn sowieso öfters machen trotzdem müssen wir das Dings von dem Appawn ich weiß schon, dass die Gruppe hat zu viele Mitglieder was? du musst du musst wenn du auf zwei oder weniger machst unten die Anzahl auf zwei setzen ja ich hätte es außerdem auf alleine stehen so komm rein was ich auch noch zeigen könnte wäre meine Alchemiefähigkeit äh nein nicht das das ist ein Lagerfeuer nein fünf wenn ich fünf drücke ähm kommt hier oben links so eine Alchemie Kiste und da kann ich bisher Quecksilber fallen und später kommt noch ein Kohlen und eine Mana Pistole die Quecksilber Falle bewirkt, dass da irgendwie Gegner festgehalten werden für wie lange eigentlich wird beim Kobold Tief jetzt recht nützlich sein ich weiß nicht, ich benutze das eigentlich nie doch wo ist denn die? ich bin auf den Arsch gerettet ja nur wenn ich wiederbelebt habe ja die können dann nicht weiter als hier raus gehen die werden für eine Sekunde festgehalten wenn ich scale halt für mehr Sekunden ist ja ganz praktisch manchmal aber wo man sonst... es bringt mehr was man scale, aber ich will jetzt keine Skillpunkte verbrauchen vielleicht mal ah, propos Skillpunkte aha ich hatte wieder 40 Skillpunkte ok breit breit enter stirb das sind eigentlich so die Nebenquests da was? ah, die Nebenaufgaben vielleicht hätten wir ja irgendwas besonders equipt müssen stimmt naja egal wir müssen eh öfters machen ah yeah Pixx Entertainment yeah also wenn ihr die Gülde wollt wenn ihr zuguckt einfach eine Anfrage stellen ja könnte man da eigentlich so einen Text schreiben warum man die Gülde wollt oder so keine Ahnung aber nur in die Gülde wenn ihr auch spielt ja der Text wird besorgen Kupfererz besorgen Verstörtes ich dachte schon ach ach dein Feuerball ist einfach so geil ich weiß stirb Spinne das war dein Kett selber hab ich auch gerade gedacht nur ohne das Spinne hm du warst noch nicht drin oder? verdammt wieso warst noch nicht drin? NAAAN du bist gestorben du bist tot du bist du bist wirklich tot du bist ein Wichser du bist tot kann ich dich schon so wiederbeleben? kann ich das schon? auf 3 wiederbeleben jeder nein auf 2 du hobo führst ey Siegel der Hingabe du bist ein Wichser du hast mich getötet man ich wollte hattest du schon low HP gehabt? nein aber ich habe keine 2000 Schilde die mich schützen ja trotzdem nein die Schilde schützen mich vor sowas trotzdem ich lasse hin nein die haut einfach übel rein ich habe doch früher auch schon mal bei dir gemacht da bist du nicht gestorben doch bin ich nein hübschen? egal hat mir jetzt mal sehen wie jemand stirbt ja wenn dein Kollege ein Spacko ist einfach sterben lässt da passiert doch nix was? da passiert doch nix du verlierst doch nix du verlierst viel dann ja also habe ich mir was böse getan kommst du? ertrinken genommen hätte ich heilen können würde ich dich heilen aber da ich die Fähigkeit noch nicht habe und wiederbeleben auch noch nicht was kannst du eigentlich? beim nächsten Pause guck ich mal im internet nach wie ich das bekomme das kann ja nicht sein da ist immer noch nicht ab fahr runter fahr runter nein oh shit haben ihren eigenen Kollegen runter geworfen die oktare das oktare das ein kristall war der für mich hier unten nein nein normaler koboldstoff kobold doppelklingenachs komm her hm dann geh wir mal in diesen Geheimgang da war ich schon lange nicht mehr da ist nix da ist nix das ist n seitwassen doch komm mit ich weiß dass das ne Sackgasse ist aber für mich noch nicht da steht halt so ein Pott schauen wir die Eisdinger hier Pott hier und ich hab nen Lebenskristall bekommen cool mhm ich auch und da ist ein Magic Pott er hat sich doch gelohnt auf jeden Fall Magic Pott ist so besonders geil mhm gut dass wir das genau gleich gehen und ein Lebenskristall ich hab's kaputt gemacht nein hier ist nix mehr den Weg ich kann mich nicht mehr hoch mhm eine brennende Spindel die durch eine Feuerball getötet wurde ja aber es gab hier ehrlich gesagt schon größere Ironien wenn ich mich frage ja ein brennender Eis Thresher der ne warte ein brennender Eisbeißer der eingefrochen ist genau hä hä wieso kommt ihr hier ja weil das Kobold schief äh Kobold häuschen ah aber trotzdem es ergibt keinen Sinn die gehören zu Qualmica ja und lass sie doch sein wo sie wo sie wollen nein doch der Mistkerl der Recke schau mir schon mal die Items mhm Semperasylen Relikt Bullshit 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 nicht Bullshit Bullshit wie voll weiß aus Park ja schaurei füllen Elkristall und 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 Verbesserung steigt voll und zielen Relikt und hat sie der Gift geballt ich will auch zwei Relikte haben ha ich hab ein Relikt und du nicht BAM los ich mein Relikt gib dich live gib dich live okay gehen wir weiter ha ich hab's geschafft weißt du ob war ich schön bin zu schlau bin zu schlau bin zu schlau bin zu schlau nein mhm 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 ha er lebt noch das ist nicht mehr tue 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 tue